Achso! Ich wohne ja nicht mehr zu Hause. Weißt du gar nicht, ne? Nein, ich habe ja irgendwie den Kontakt damals abgebrochen. Du oder wir? Ne, mehr oder weniger ich, weil eigentlich sollte ich, wollte ich mit Saki noch ein Lied aufnehmen, aber irgendwie hat das dann nicht so ganz geklappt. Ja, die ist eh doof, die ist voll launisch und... Ja, das weiß ich. Und ihr doofer Freund ist auch doof. Der ist voll scheiße. Heißt der zufällig Robin mit dem Vornamen? Ne, der heißt David. Oder David. Ja, dann kenne ich den. Ich hätte... Der ist so ein bisschen dicker. Ich hätte nie gedacht, dass die beiden zusammen kommen. Warum kennst du den denn? Weil der mit mir und ihr auf der Realschule war? Echt? Ja. Wusste ich gar nicht. Ich weiß nur, die sind jetzt zusammen in der Klasse. Ja. Wenn du nicht zu Hause wohnst, kann ich das ja möglicherweise sagen. Den Robin, den kenne ich auch. Der hat so eine Brille. Den aus eurer alten Klasse. Ja. Der kam mir auch immer ein bisschen doof vor. Tani, bist du wieder da? Ja, habe ich eigentlich auch gesagt. Ja, ich habe dich... Hallo? Bin ich durch die Kuh gerannt. Warum leckt das gerade so? Weiß ich nicht. Ach, mit dir auch sehr schön. Ja, das liegt wahrscheinlich an mir, weil ich den Server habe und es gerade... Aber warum leckt es denn? Ich schlag eine Kuh und die verschwindet plötzlich irgendwo anders hin. Ja. Ich bin gerade, wie gesagt, durch die Kuh gerannt und, äh, ja. Guck mal, da ist eine Wüste. Das ist meine Wüste. Vielleicht wünschen wir da mal Pyramide oder noch lieber Dorf. Haha, Leder. Wir brauchen eh ganz viel Leder noch. Warum... Warum wollt ihr ein Dorf haben? Und ich glaube, da ist ein Dorf. Für Kartoffeln und Möhren. Ach so, ich dachte schon zum Handeln, weil das bringt nichts. Guck mal da oben. Ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, die von Mojang müssten doch eigentlich kapieren, dass keiner die Dorfbewohner attraktiv findet, weil die Preise einfach unmenschlich sind. Ja, ja, ein Dorf. Boah, los, sterbt ihr dumm Mistviecher. Meine Fresse, ey. Und was möchtest du mit attraktiven Dorfbewohnern? Das macht mir Angst. Die machen total die scheiß Geräusche, ne? Ja, und die Preise sind einfach so astronomisch extrem groß. Hallo? Das kann keiner abdrücken. Letztens wollt ihr von mir ein Smaragd haben und dafür wollt ihr mir zwei Bücher geben. Oh, wie süß. Ist hier eine Schmiede? Ich such gerade alles ab. Ja, hier hinten ist eine Schmiede. Die hat mir klar. Sind hier zwei Schmieden? Oh, hier sind Eisenschwerter drin und Sitzlinge. Ich hab schon ein bisschen was. Brot. Ich plündere nicht die Felder. Nein. Der will 1 Smaragd und gibt mir neun Pfeile dafür. Willst du mich verarschen? Was will der? 19 Weizen gegen 1 Smaragd. Boah, ey, sind die nervig. Ich mein, wir hatten ja nur einen bei uns, Tanni. Aber hier sind ganz viele. Stell dich mal hier rein und hör dir mal zu. Ne. Boah, die Geräusche. Also ich fand das besser, wenn sie noch keine hatten. Ja. Liebes Mojang-Team, ich weiß, ihr werdet es nie hören, aber falls doch irgendwann mal, bitte macht die Geräusche für die Fieger weg. Bitte. Hier ist ein Grund, wo keiner drankommt, ey. Macht die doch einfach aus den Dateien und er setzt sie durch, also löscht sie aus den Dateien und er setzt sie durch eine stumme Datei einfach. Ja, oder so andere Geräusche reinmachen. Ja. So ein Hallo. Alles nur so Hallo, 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 Hallo. Oh Gott. Dann laufen die die ganze Zeit rum und sagen Hallo, Hallo. 20 Kohle für ein Emerald. Ich hab leider keine Kohle mit, ich hab ne Tür. Will einer ne Tür haben? Hallo, wer will denn für 5, äh, für ein Emerald 5 Melonen haben? Die heilen ein Herz. Wie gesagt, schweigen. Ja, schweigen. Hier, das kann man sogar noch abdrücken hier. 19 Getreide für ein Emerald. Acht Goldwaren für ein Emerald. Ist auch gut. Neun Eisen für ein Emerald. Ein Emerald für neun Pfeile. Nochmal ein... Hallo, die haben alle fast die gleichen Preise. Sind die wenigstens alle gleich beschissen. 19 Weiße Wolle für... Emerald. Ein Emerald. Na, Aki? Wenn jemand Schwerter braucht, kann er mir Bescheid sagen. Ganz ehrlich, ich dachte, der Hund würde hier einen Aufstand machen ohne Ende. Der pennt. Ja, dachte ich auch. Ich dachte, er würde wenigstens die Katzen jagen oder so. Er hat die Katze angekläfft, aber überwiegend hat er jetzt mein Zimmer zu seinem erklärt. Ist doch schon mal gut. Das Bett ist auch seins? Das Strom... Was? Nichts. Hä? Warte, du schwebtest gerade vor mir. Was? Ja. Komm, wir gehen in die Hütte und bauen uns da die Betten auf. Oh ja, lass uns irgendwo reingehen, wo ganz viele Hundert andere sind. Oh ja, hier bin ich auch. Schnell bauen die Betten auf, bevor die alle hier reinkommen. Ne, ich hab echt gedacht, dass der hier so... Ach du Scheiße, die kommen alle rein. Besuch. Oh. 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 Wo liegt der noch nicht? Ich bagge hier irgendwie. Hallo? Da steht einer in Mädchen. Oh. Ne, aber ganz ehrlich, ich hab echt gedacht, dass der hier so rumheult, weil, wie gesagt, er ist ja schon zwölf Wochen alt und weg von Frauchen, Herrchen und Mutti. Wie? Wo bist du denn? Und dabei liegt er hier nur und schläft. Tani, 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 gib mir mein Bett zurück. Wieso? Ich hab da nur eins. Oh, 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 Entschuldigung. Gib mir dein Bett zurück. Brauch deine Decke nicht. Nein, keine Ahnung. Du musst dich jetzt wohl zu mir legen. Wie so eine Pädophile. Warum Pädophil? So jung ist er nicht mehr. Ich bin 18. Ich bin trotzdem älter als du. Na und? Wir sind alt, na egal. Ich werde mit 19 mein Abi machen. Uh. Schweigen trat ein. Ja, wie immer. Niemanden interessiert das. Oh, aber noch. Mein Abi, Bildung ist wichtig. Ja, das müsst ihr natürlich vertreten, diesem. Genau. Die Bildung ist auch wichtig. Sonst werdet ihr so Assis wie wir. Ich hab auch Fachabi gemacht. Hat aber nicht viel gebracht, wie ich merke. Boah. Das ist ja gemein, ne? Aber Fachabi ist nochmal was anderes als richtiges Abi. Das ist ja eigentlich nochmal ein bisschen einfacher. Uh. Wow. Hä? Ist die Kuh gestorben? Wo kommen denn jetzt schon wieder die Zombie-Geräusche her? Keine Ahnung. Ich hör keine. Boah, ich spiel gleich die mit, ich spiel jetzt mit anderen Dingen hier. Mit den anderen Dingen? Ja, mit dem... Ja, mit dem... Mit dem Joystick. Aha. Nein, ähm... Mit... Mit der... Normalen... Wie ist das? Mit dem Touchpad. Genau. Touchscreen Control. Oder Mode, wie auch immer das heißt. Aber was ich ja immer noch am besten finde, hier auf meinem Ding steht. Ähm... Kühle Handablage, aber die ist total kochend heiß. Ich fühle mich total verarscht durch... Durch diesen Computer. Wo meine Nase kitzelt. Ich glaub, hat Tani sich wieder leise gemacht? Ich wollte nur mal kurz was hören. Ich dachte, hier plättert Wasser, ne? Meine Mutter kocht. So, da ist die Schlucht. Schweine! Boah! Boah, wird ein Schlag getötet. So. Tötet! Stirb, meine ich. Scheißkack. Fleischstück. Ich war ja gestern zu Hause bei meiner Mama. Die hat mir... Sachen geschenkt. Ich fühl mich ja immer richtig mies, wenn ich da nach Hause gehe. Sagt die so, ach ja, ich wollte einen Rock kaufen. Sagt die. Dann sag ich so, ja hier so schwarzer Rock wolltest er haben. Ja, ich probier den jetzt aber nicht an. Wenn er mir nicht passt, kriegst du den. Was war? Er passt hier nicht und ich krieg ihn. Genau dasselbe mit einem Pulli. Wenn er mir nicht passt, dann kriegst du den. Guck mal, da hinten brennt's. Oh, guck mal. Waldbrand. Brandrodung. Ja, Brandrodung. Für Aki, hä? Oh, ist das nicht schön? Ich muss da ein Bild von machen. Oh, das wird... Ja, von dir muss ich auch noch ein Bild machen. Warte, kannst du mal da stehen bleiben? Komm her. Ich muss dich fotografieren. Weiße Pferde, Kinder. Weiße Pferde, Kinder. Weiße Pferde. Habt ihr gehört? Weiße Pferde? Ja. Juhu. Guck mal nochmal. Sehr schön. Aber jetzt ist hier wieder umgestört im Hintergrund. Das ist nur wegen einem Lied. Ich hör keine Pornos. Weiße Pferde. Oh, ich will ein weißes Pferd haben. Oh, hier sind ja voll viele kleine. Ja. Die waren fleißig. Du bist mein Pferd. Also ich darf nichts in der Hand haben. Ja. Wer macht denn da so kalt? Wer macht denn da so kalt? Was macht die da? Ja, komm, lass mal jeder so ein Pferd nehmen und nach Hause so gehen. Der macht gar keinen Watt. Hallo, du hattest... Wir haben noch Eisen gesammelt. Oh, Aki! Habt ihr das gehört? Nein, das geht gar nicht. Nein, das geht gar nicht. Die stecken wir nochmal vom Stern an. Der geht irgendwie so geil. Das ist kein so normales Gehen, Maul auf und strecken miteinander. So macht der da immer, weil das ist voll niedlich. Ich muss mal eben, ich brauch Stein. Und jetzt liegt er gerade mit dem Kopf nach unten. Ja, Diego will gleich wieder rein. So. Leder haben wir jetzt auch gesammelt, ne? Wir haben ja Kühe getötet. Ja. Ja, Falle in das Loch rein, du blöd Arsch. Was willst du? Sorry. Wollte ich nicht blöd Arsch nennen, aber so unnenn ich jeden. Ja. Gehst du mal da weg? Ich will das hier weggraben. Diego, was denn los? Hallo? Scheiße! Also wenn es vielleicht ein bisschen laut wird, kann sein, dass Ake gleich die Geo anfällt. Der guckt schon so wie mehr. Ich bin fast gestorben. Juhu! Wir brauchen Holz. Hat jemand Holz? Hier ist überall Holz. Ja, ich dachte, vielleicht hätte du jemanden schon mal im Inventar. Ah, nein. Diego, sauer, Mama! Diego ist immer sauer. Ja, du hast nichts angetan davon, dass hier noch ein Hund ist, ne? Oh, ich hab drei Stücke Eisen. Jetzt gleich wieder. Wie baut man einen Sattel? Das ist schon wieder in die Wüste. Oder kommen wir da gerade her? Ne, ne? Weiß ich nicht. Ich hab mich aber noch nicht weg bewegt, ne? Da kommen wir nicht her. Was geht da hin? Was geht da hin? Was geht da hin? Was geht da hin? Ich weiß nicht, wie man einen Sattel baut. Voll schlau, ne? Soll ich einfach auf die Wiki gehen? Ja. Dann brauchst du nicht, ne? Vielleicht drei Leder oben, dann so ein Sticky rechts, links und dann unten Eisen. Keine Ahnung. Ich hab noch nie Sattel gecraftet. Hm. Akni? Das ist nervig. Lass die Nähmonik in Ruhe. Schade, das iPad liegt hier nicht mehr. Moment, ich hab's doch gesehen. Sind die Pferde denn hin? Da hinten? Voll weit weg. Den geht's auch schnell weg, bevor sie wiederkommen. Kleinen Moment, mein PC hängt gerade kurz. Ach, Aki! Ich hab ne Pferderüstung, stimmt ja. Aki! Aki! Das allerbeschissenste am Pferden ist ja, dass die einen abwerfen, wenn man im Wasser ist. Mhm. Das stimmt. Das könnten die nur verbessern. Aber die könnten so vieles verbessern. Ja, aber die finden ja lieber neue Sachen. Hier hab ich schon wieder das Ding. Hier mit Sattel können nicht hergestellt werden. Echt? Besteht sie zumindest. Du hattest doch letztens auch irgendwie gelesen, dass es geht, ne? Ja. Ach süß! Aki! Aber das Eisen ist wenigstens durch. Dann lassen wir es halt. Warte mal! Pferdesattel! Achso, ne. Das ist irgendwie nur zu durch. Da gibt's kein Speziales. Kannst du malen Sattel? Doch, Moment! Äh, hier ähm... Das ist der Pferdesattel hier gerade. Mal gucken, ob das geht. Dann hast du... Ja. Oben alles mit Leder. Ja. Dann in der Mitte Leder, Eisen, Leder. Leder, Eisen, Leder. Okay. Warte, warte. Ich brauche Eisen. Ja. Und unten dann... Eisen, leer, Eisen. Und unten dann... Und unten dann... Eisen, leer, Eisen. Das ist ganz, ganz gut. Und unten dann... Dann bin ich auch...